hey ho zusammen und willkommen zurück zu einer neuen runde escape the backrooms ja aktuell läuft es jetzt ziemlich gut bei uns mit sie und mir und wir sind ja jetzt in einer schönen unter wasser welt und beziehungsweise haben die gerade durchschritten sind jetzt quasi in dem nächsten backroom den wir es capen wollen und ja mal gucken wie wir dieses mal voranschreiten und ihr was ja abonnieren liken gern gesehen und ab rein dafür und ist so machen wir mal hier im wetter ja immer erst mal ausweisen wir stehen natürlich hier wer sind sie eigentlich erwarten eben ein ausweis besten dank besten dank also ich habe jetzt die taschenlampe wollte ich nicht wegschmeißen mit meinen taschenlampe das habe ich denn hier noch alles ich habe auch noch das ding auch ist der lustige nachher stimmt die walkie talkies haben wir jetzt aufgenommen die wir eigentlich wahrscheinlich nicht bauen werden ja stimmt ich rüsste es mal aus aber wo ich habe auch gesehen verlassen hier lagen noch bestimmt noch welche oder auch der tisch ist er vollgeknallt wir sagen wir können das spiel bescheißen wir können unendlich sachen gesparen lassen bitte hallo 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 hat mehr als binneln kann das ding nicht oder was nimmst mir auch in die hand ich möchte die 1 für mich auch das ist halt dann zu gucken wo du bist oder so ich habe keine ahnung gar nicht anstrengend auch das geräusch nein nein so ist hier irgendwo ein schlauer zettel der uns wieder sagt was wir machen müssen ich habe jedenfalls gesehen die türen zugemacht ja eine kontaminiert dekontaminierung ja ja aber ich muss wieder aufmachen sonst kommst du nicht rein das ist richtig hörst du das eigentlich ja hallo aber mir geht schon los ich drehe schon wieder durch ja das sinkt hier schon wieder ein bisschen schneller so das muss man abspülen besonders uns beide mal dekontaminieren jetzt sind wir sicher auf jeden fall das klingt doch schon wieder gefährlich hier reagieren die vielleicht auf den ton das weiß ich nicht kommen nicht weiter doch jetzt kann man die da einfach so hat sich an mir gefressen und jetzt wo ich die umgebung gerade ziemlich cool finden so in dem höhen gewölbe ja das stimmt ok es sieht aus als wenn du durchkriechen könntest kann ich auch da war eine motto auf der seite ja das ist ungünstig daher klebt aber auch einen auf der seite hinten zu sich das schon eine hier lang weil es witzige ist du hättest bei mir tatsächlich noch das lidar scan gerät in der hand und nicht deine taschenlampe da klebt auch einer vor mir ich weiß dann nicht ob du leise dran vorbei crouchen kannst oder wie gesagt mit dem ton gerät ich drücke mal was da passiert gar nichts irgendwie vorbei warum hat die mich denn angegriffen die anleuchten mag die das nicht ja keine ahnung ich bin mr mr motto das war ja easy doch auch da liegt so viel zeug werde ich doch nur bei dir aber es könnte sein dass das hier wieder so ein zwischenraum ist ja das kann natürlich sein ich mach mal ja ja mach mal rock das ding nie lang schnacken dekontamination dekontamination in den nacken wenn schneller sprechen ist gar nicht so einfach dekontamination dekontamination ok jetzt war es gar nicht so schwer aber in kombination mit etwas anderem finde ich ist das sehr schwer ja das stimmt wenn man fünftigen hallo wenn ich den satz machen will ich gehe mal hier lang da hinten ist es ein bisschen heller ich bin eh doktor motto mir passiert ja nichts gehen wir in den großen raum hier motto man das motto ja in ruhe frage hat sich wohin ist in unserem höhlensystem immer schwierig zu sagen das denke ich mir auch ah ja er ist ja schon wieder wahnsinnig zwischen ich erst mal ein hier ja können wir funzel an so ich einfach nur im kreis gelaufen worden ja das motto das motto irgendwie ja da drunter jetzt würde ich sagen ich kriege ich mal durch ach muss ja gar nicht ich sage einfach so ein bisschen die wanderlieder oder so ja mein freund hat letztens auch angefangen hier im wagen vor mir fährt ein junges mädchen zu singen und ich war so schockiert dass sie sie konnte fast geführt dass ganz die ganze song text da war sie auch nicht mit dem mädchen ja aber beziehungsende beziehungsende so ich glaube da dort sind oder also ich glaube du musst über die brücke ich muss über die brücke aber ich würde in den raum gucken was ist und jetzt bricht sie zusammen das wäre unglücklich geben wir auf jeden ich glaube nicht wirklich benutzt habe ich noch nicht so ganz verstanden ich glaube du bist auf dem richtigen weg ja also sieht nicht falsch aus wo ich bin es ist auch sehr viel spaß zu gucken muss ich sagen ja das ist fast als wäre ich ein streamer jetzt solltest du deine funze ausmachen ich habe nur noch was leuchtet denn da so das wackelt wie ein anderer oh nein dann habe ich es gecheckt ähm ok aber wir sind immerhin hier ja so erstmal das war so eine taschenlampe ist das wichtigste ich gehe noch weiter in so einem walkie talkie mit für auch immer ich habe zwar jetzt keinen saft aber das ist okay ja ich habe ich habe eine dose halt ja ich habe gesehen du hast gleich weg snackt das ist ja das ist ja wohl das wichtigste von einem oder die brücke stürzt einfach mal zu lange draufsteht und du hast die dose mit in den tod genommen ach komm ganz ehrlich weißt du was ich dachte mir an ich muss gar nicht über die brücke bin halt auf der brücke umgedreht und dann scheinbar einzuschlafen wenn man zu lange drauf bleibt ärgerlich ja dann darfst du dir die dose snacken diesmal danke sehr freundlich ist irgendwie verantwortungsbewusster umzugehen mit solchen sachen genau dafür bin ich ja bekannt seid ihr wieder so getortet weggeschmissen ich nehme ein neues auf diese wegwerb gesellschaft immer ja genau das ist diese konsum gesellschaft hier lass mich rein doch ich habe keine lust mit dem anderen höhlenforscher hier alleine zu sein ich auch nicht deswegen habe ich mir gedacht ich sterbe sie irgendwelche räume türen weil das war ja immer die große schwachstelle bei denen ja genau die können ja keine türen öffnen soll es sein wird aber mal sagen tatsächlich machen wir die punzel aus du doch die von so aus habe ich ist ja noch gar nicht hier ich sehe jetzt gut wie gar nichts gleich sind so schnell im kriechen ich kriege nicht mehr ich glaube hier geht es nur im kreis muss ich auch nicht dann sicher ich habe ihn auch vertrieben der ist ja jetzt satt da hinten sehe ich eine funze oder irgendwas durchschimmern und er sieht nach licht aus immer dann lang hinter mir oder bist du anders lang ich bin ganz links gegangen das weiß ich nicht für seine lampe ist oder die von dem was bist du im zweifel mal kriechen weil das kann der nicht eben das sagt ich mir auch wenn du so um die ecke gekrochen kommst du es ist nicht der andere das problem ist nur dass er hinter jeder ecke lauern könnte aber ich hoffe dass die lamp inhalt verrät ja das hoffe ich auch ich sehe eine lampe machen deine aus eines aus die ganze zeit er kommt da bist du dein maul mit hello ich renne weg lauf joni oh gott da ist die tür teckel sie um warum wissen mehrere von denen jetzt hast du wieder das wasser sagte er und nahm es auch das war tatsächlich nicht beabsichtigt hier ist egal das level ist glaube ich nicht so ich glaube ich das wäre vielleicht mal tatsächlich moment für ein juice kann man natürlich probieren ja einfach durchwaschen oder haben wir im plan kann weiß nicht man kann es probieren das ist ja fast geklappt und das gute ist ja wenn die auf einen fixiert sind kann der andere auf jeden fall durch ja das ist würde ich sagen da sehe ich dich in der rolle als opfer ja wir sind jetzt ungefähr wohin ja ja eher rechtzeit was glaube ich ich fress mal einen riegel ich bin mir mal so ein juice beziehungsweise lebt er schon mal auf die richtige position da ist die tür links war einer gut wenn sie nicht wollen ich würde sagen schau ihr loser zwar ein bisschen unmöglich dass ich ihn jetzt getrunken habe aber egal naja ich habe auch meine riegel gefressen das war natürlich nicht notwendig ist hier falsch an ich habe den schon wieder gehört ne echt ja der kann wieder hallo hier ist ein leiter mal gucken ich gehe mal weiter geradeaus und gucke hier mal ich glaube wir müssen schon die leiter hoch ich glaube das lädt auch jetzt gerade quasi wartet auf dich ach so komm hoch komm komm zu mir kodi äh ok sind wir hier wieder da sind wir hoch gekommen ja rechts links geht nur rechts ok wo sind wir hier was ist das ist das hier es ist irgendwie sehr random gerade hier alles ja das ist doch das ganze spiel schon sehr random 1 2 3 ach das ist so ein lichtspiel schatten so die grunden die man dann da sieht weil hier ist ein viereck da ist ein kreis und so weiter äh man muss das wahrscheinlich dann so drehen keine ahnung aber von unten leuchtet doch nix von unten sieht es ein bisschen aus diesem pfeil oder sowas aber wir müssen auf jeden fall wahrscheinlich irgendwie die spotlights anmachen ach hier guck mal hier ist ein knopf ach jetzt können wir mach du mal was ich mach wieder aus ja ich gucke auch so eine kameras runter muss man die wir haben machen immer hier drüben in den raum aus lichter halt hier sind auf jeden fall zwei äh dosen ach hier ist eine anleitung ok ich hab keine ahnung 1 2 3 dieser komische kasten oder dieser schrank was auch immer das ist ah wir müssen gucken was auf den zahlenfeldern ist und dann leuchtet das quasi also sind symbole ich geh fest du kannst ja mal vor dem schrank stehen bleiben ich sagte was die 1 für ein symbol ist und dann die 2 und so weiter also die 3 ist ein pfeil nach pfeil ich gehe mal aus was ich von links nach rechts eingeben kann also mit 1 beginnen wahrscheinlich 1 ist ein viereck würde ich sagen oder ein strich gibt es auch ein strich und 2 ist ein kreis ich glaube 3 war der pfeil ja viereck kreis pfeil ah jetzt geht es auf so es ist aufgegangen eine kettensäge alter wow nice hier kannst du dich dann durchfräsen ja wo ist die kettensäge alter warum willst du nur einer dann nehme ich die dose hier ist übrigens noch genau hier ist noch eine dose drin oh yeah ab geht der lachs kann man das auch gegen die monster einsetzen das weiß ich natürlich nicht aber ich weiß wer es probieren wird was machst du los du bist durch wtf hä du bist durch den boden geglitscht eine kettensäge hier liegt gerade der bildschirm bei mir ich weiß nicht ob das normal ist ich sehe wieder was ich bin irgendwo hä ich glaube wir müssen uns wieder finden hast du auch eine kettensäge ja nein natürlich nicht ich habe ja keine aufgesommen sammelt ich habe nur meinen ich denke dass wir beide einen bekommen haben in dem level nö nach wie vor wer items aufsammelt kriegt items ganz schön staubig hier unten wo bist du urlaub ich habe keine angst ich bin da äh meine kettensäge hast du nicht zufällig gehört ne wer oder was wartet jetzt hier schon wieder auf einen also ich bin auf jeden fall richtig weil hier ist ein pfeil der mir eine richtung zeigt ich kann dir aber natürlich nur schlecht sagen wo ich bin ja schicken wir mal deine koordinaten bitte und warte ich teile dir meinen whatsapp live standort ja ich bleibe einfach mal hier stehen also ich laufe die ganze zeit durch die gegend das fällt sehr labyrinth mäßig ja da ist eine taschenlampe bleibst du mit einer taschenlampe durch die gegend äh wenn die jetzt aus ist dann bin ich das ja dann bist du das dann bin ich rechts von dir hallo ach da es geht ok na dann im fall nicht lang was ja ach schön wieder zu zweit zu sein sollen sie kommen ja eigentlich ist das besser wenn du vorgehst aber ich habe ja die taschenlampe ja ich muss halt nur ein bisschen sehen zumindest hm hm ich würde mich rechts halten ne es nischt gut alter an der wand lang hm ja das sieht wieder gut aus und ganz viele pfeile damit es auch wirklich der letzte step auch versteht haha naja da komme ich auch so durch Kettensäge yes na was will er hier pull all the levers and run through the gates so it can't follow you ok alle Hebel runter ziehen durchs Tor rennen und dann kann es uns nicht folgen mhm also viel scheitern müssen wir finden ja ja genau hier ist ein ein Schacht oh Gott weswegen hab ich mich erschrocken ach Gott ich bin tot boah fuck it wie viel kann man den Tod sägen ich glaube nicht nein er hat mich dann umgebracht die Säge ist also nicht zum verteidigen uff also zumindest nicht gegen das Viech ja du darfst gerne wieder Kettensägenwand spielen mhm ok trotzdem das Taschenlabel mitnehmen na gut ähm ich gehe gleich hier links runter ich will mal gucken ob ich mich durch die Tür sägen kann also ich komme hier auf jeden Fall nicht weiter aber ich glaube es zum Verstecken finde ich ganz gut ok das Viech ist jetzt nicht da alter kann man noch mehr staupieren ich sehe ja gar nichts oh du warst hinter mir ah hier ist ein Hebel ist das einer oder weil hier sind auch vier Lampen drüber ja oder es kann jetzt nicht in den Raum rein ah nein es läuft nicht nur eine Lampe ich höre was ah das ist ein Timer bestimmt ah stimmt naja da war ja auch irgendwie du musst alle Hebel ziehen dann durch das Tor durch und dann kannst du uns nicht hinterher rennen da ist noch ne Tür zum Aufsägen ich sehe nur die Frage wo das scheiß Vieh ist hier sehe ich es gerade nicht nein nicht hier ist nicht mehr Platz nein du musst um die Ecke laufen das hat so lange gedauert ich sehe hier auch nichts wie wo geht es hier hin ich glaube das ist tatsächlich nur zum Verstecken ja das ist nur zum Verstecken aber ich wusste nicht dass ich zur Seite laufen musste das habe ich erst eine Sekunde zu spät gecheckt ja das habe ich gemerkt und sich über meinen fetten Arsch letztendlich noch lustig machen ist klar äh das sind mir die richtigen ich guck hinter dich ich sehe zwar nichts aufgrund von Staub aber ja man sieht wirklich gar nichts wenn der Staub da kommt ja äh leuchten immer noch zwei Lampen oder so ist ja die Frage wie viel Zeit man halt hat dafür das ist wahrscheinlich die Tür die Tür wo wir durch müssen mhm aber da leuchtet es auch da hinten ne hm ne da ist es noch nicht ich könnte tatsächlich ein bisschen früher als du um die Ecken gucken ne das sieht gut aus da ist auf jeden Fall eine Tür zum sägen da ist die Tür hier ist auch so ein Schacht guck hinter dich ne alles gut man muss natürlich immer genau zweimal sägen dann sollte die Tür öffnen mhm na man ist kein Verbrauchsgegenstand da hab ich ja auch nicht in den Juice falls du brauchst ok das ist ja halt es gibt also auch falsche Räume scheiße warte mal aber du kannst durch den Korridor oder ich kann hier durch ja weil vielleicht bist du jetzt auf der anderen Seite von der Metalltür oder hast du dich nicht ja ja jetzt bin ich hier drin aber es läuft hier noch eins ok also man muss die Sachen erstmal aufmachen wahrscheinlich dann irgendwie ablaufen vermute ich jetzt mal weil es läuft ja dann nur noch eine Lampe ja du konntest doch trotzdem mal klicken aber ich komme immer noch nicht raus dann muss ich mich halt beeilen wenn wir die anderen unten noch einen finden kann sein oder du nimmst die hier als letztes dann oder als erstes ja was macht Sinn aber wohin halt dann das weiß ich auch noch nicht wahrscheinlich ganz am Ende ich würde halt hier vielleicht damit anfangen oder so schwierig schwierig aber erstmal gut zu wissen hier muss man dann hin das macht die Tür offen ja das macht auf jeden Fall Sinn und sich ja nur merken wo die vier Türen sind sieht auf jeden Fall sehr entspannt aus wie du mit der Kettensäge durch die Gegend watschelst ist doch gar nicht schwer auf Dauer nö nö vor dem trägst du locker einen hin nicht halt da ist es oh nein schlecht bin da schade wir brauchen ein bisschen zu lange für die Animation ja da warst du ein bisschen zu schnell um die Ecke bevor ich dir das sagen konnte ja ich habe auch erst nach rechts geguckt und es war nix von mir ja alles ist aufgesägt jetzt aber ich wollte gerade sagen hier ist die Tür hier ist sowas hier ist ein Gitter aber hinter ist auch wieder so eine Tür äh so ein Hebeltür Hebeltür hier kann ich was aufsägen hier rechts kannst du auch was aufsägen ich guck mal so ein bisschen hier rum so ich bin jetzt hier in dem in dem GDR kann ich das aufmachen irgendwie ne ich kann es nicht aufmachen also du hast schon geduld ja dann ok ja dann müssen wir ein oder so hier rechts ist noch eine Tür zum aufsägen jo ich gucke auf den Lachs so wir sind drin oh hier ist richtig viel von dem äh den Juices oh ja aber nur das schlechte Juices nein stimmt es nicht äh viel zu oh gott das denn hab ich mich schon wieder erschrocken ich hab nur deiner Schrecken gehört und dann das Vieh hallo du gehst vor ja das sieht gut aus ach hier ist noch eine Kettensäge ah oder respawnt ich schon mach keine Ahnung die sind wir gekommen ja das kann ich auch mal cool mit einer Kettensäge oh nein das überlebe ich nicht ne ich auch nicht da kam er direkt um die Ecke geschissen dich hat er verloren ja ja komm rühren wir uns mal den Juices Hau weg die Scheiße! Hop Hop Rinnenkorb. Oh das steht aber noch. Das wird jetzt ein bisschen eng werden. Meinst du? Na Manu. Scheiß Spawn Camper. Ja. Ich guck mal hier in der Tür. Ob die immer in derselben Ort sind. Nein sind sie nicht. Die Schalter. Ne der Raum ist jetzt hier auch nicht. Aber wir sollten erstmal versuchen einfach alle Räume freizulegen. Ja das stimmt. Immerhin war der ja offen. Guck mal ob der andere jetzt auch offen ist. Wer also den nicht freigesägt hat, der ist auch offen dahin. Ja. Darf mal hier weiter. Ich hab nicht gesehen. Mach die Tür zu bitte. Vielen Dank. Ja. Ich hab mit meinem Charakter geredet. Achso. Also ich bin jetzt in dem zweiten Raum den ich aufgesägt hab. Und hier ist wieder so ein Schalter. Das ist gut bei mir. Ist gar nicht wenn es da wo die Gittertür war. Na aha. Oh Gott fürs Willen. Das schaff ich nicht. Ich höre ihn nur schreien. Ich bin in Sicherheit glaube ich. Ok. Ich hab's nur die ganze Seite verschreien weil ich noch mit meinem Raum hier drin bin. Ich seh es. Es geht auf jeden Fall zum Anfang zurück. Ok. Soll ich den Hebel hier schon mal ziehen oder wollen wir erstmal weiter gehen? Ja mach mal. Was wird schon passieren? Eben. Also der ist jetzt quasi da wo die Küche war. Ok. Also hier ist wieder auch ok. Da in diesem Raum wo man so durchkriechen muss ist auch wieder ein Hebel. Ich renne da grad mal hin. Ich guck mich hinten mal ein bisschen um. Machen Sie bitte die Tür auf. Hier ist noch eine Tür zum Aufsägen bei mir. Ah ok. So wir haben zwei Hebel. Ich muss jetzt noch den ganzen langen Weg zurück rennen. Davon dass mir das Vieh jetzt hier nicht entgegen kommt. Das wäre jetzt hier sehr unglücklich. Ah ja hier ist der zweite Hebel gewesen. Ich weiß natürlich nicht wo du bist. Äh ich bin jetzt bei der Stahltür. Ist das bei dir? Hab ich's überliebt? Ja ich hab's überliebt. Ja bei der Stahltür da steht das Vieh direkt vor so'n Schachtern. Da bin ich jetzt gerade drin. Ah. Ja ich seh's. Steht die noch genau vor dir. Ja. Das ist natürlich schwierig jetzt. Das steht immer noch davor. Ich hab's von mir gelocht. Ja. Tür zu. Danke. Ich könnte versuchen weg zu rennen. Na jetzt kommt er zu mir angeschissen. Ach ärgerlich. Ärgerlich. Dann versuche ich's wieder weg zu locken. Jetzt dreht er. Er geht ja weg von dir und von mir. Okay. Jetzt ist er rechts um die Ecke umgedreht. Okay. Da wo ich eigentlich hin wollte. So dann geh ich jetzt mal hier gucken. In der Küche eins ist. Oh ich muss dringend mal was trinken. Trinken? Ja. In der Küche ist auf jeden Fall nichts. Was? Da watscht er einfach so. Lebst du noch? Oder? Ja ja. Er hat mich tatsächlich nicht mitbekommen. Oh Gott. Oh Gott. Ich geh auch mal auf mein Versteck raus. Also hier links darf es eigentlich gar nicht sein. Ah hier ist was zum Aufsehen? Das kann sein. Das ist das was ich vorhin meinte. Ja das kann sein. Ja das ist das was ich meinte. So die Tür ist auch offen. Da ist ein Hebel. Leider sind die Post noch was zu trinken. Hier Mandel sofort oder so. Hier ist auf jeden Fall noch eine Dose. Äh ja brauche ich auf jeden Fall. Ich muss mir jetzt erstmal einen auf jeden Fall gönnen. Doch die Tür zu Junge. Ich dachte wir lassen die auf. Jetzt wenn das Viech kommt. Ja. Jetzt können wir aber wenn du dann noch hier drin irgendwas aufsammelst. Ja wir müssen auch die anderen Sachen machen. Einer fehlt noch komplett. Ich würde mal die anderen beiden wieder anschalten die du hattest. Da ist er. Ah hier ist dann der Ausgang von mir. Ja wenn wir weitergegangen werden ist hier der Ausgang. Okay. Bist du tot oder? Ne 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 ich bin im Schacht. Okay. Ja wie gesagt wenn wir weitergegangen werden ist der Ausgang. Ich bin jetzt vom Ausgang. Aber er leuchtet ja logischerweise. Sehr gut. So er ist jetzt auf jeden Fall weg. Mach alle an ich warte hier. Ja ja du mich auch. Ich weiß halt nur nicht wo. Also zwei weiß ich ja. Aber einer fehlt ja noch komplett oder? Ja einen haben wir in diesem Lauf noch nicht gefunden. Wir haben jetzt drei gesehen. Einer in dem Raum glaube ich wo du dich versteckt hast. An der andere wo man so lange durchkriechen muss. Und einer eben halt. Ja den Durchkriecher mache ich jetzt. Achso. Ich traue mich auch mal wieder raus. So der ist jetzt an. Dann würde ich jetzt zu dem anderem gehen wo du vorhin warst. Oh dieses scheiß Vieh ey. Jetzt gehen wir so auf den Sack. Es läuft durch in den Gang wo wir eben gerade waren. Okay. Wenn es sich nicht umdreht kann ich es schaffen. Das kommt zu mir. Dann renne ich durch. Ich habe es geschafft zu entkommen. Das war schön. Ja ich bin durchgekantet in der Zwischenzeit. Das ist gut. Das dreht auf jeden Fall jetzt dann wieder um. Dann müsste doch hier irgendwo dann das letzte sein. Hier ist der an. Hier ist der Start wieder. Was ist das denn? Hier ist wieder der Raum. Der Kühlschrank und so. Wo ganz viel Zeug drin war. Ja der ist. Da ist nichts. So der ist jetzt um die Ecke und geht wahrscheinlich wieder in die Spawn Richtung. Das schlechter bin ich. Bin direkt am Spawn jetzt wieder. Ja der geht in deine Richtung. Da wo auch der Schalter ist. Okay. Ich hoffe er ist nicht diesen Weg gegangen. 50 50 Chance. Da ist auf jeden Fall der Raum mit dem Schalter. Der war gerade eh in die Pango bist. So. Die sind alle wieder aus die Scheiter. So einer ist an. Ich gehe jetzt zurück zu dem langen Gang. Ja. Ich habe noch einen zweiten angemacht. Sehr gut. Da wir uns eben zu zweit getroffen hatten. Ja. Da wo du dir die Tür aufgesägt hattest ne. Ja. Das müssen generell jetzt an Türen aufgesägt sein. Aber da fehlt uns doch noch ein Scheiter oder nicht? Irgendwie schon. Du wolltest jetzt hier rein. So. Ich bin jetzt bei der Stahltür. Reisend an. Hm. Da fehlt noch einer. Ich weiß nicht wo der ist. Vielleicht auf dem Rücken von dem Monster. Haha. Verrückt. Ich weiß auch nicht wo es ist. Ich renne hier gerade ein bisschen wie blöd durch die Gegend. Ja das kenne ich das Problem. Muss mir mal den Saft rein ballern. Natürlich steht es direkt vor mir um die Ecke. Bist du tot? Bei dem Gittertor. Aber bist du tot? Da war das gerade. Ja ich bin tot. Das war direkt vor mir. Das bin ich wirklich direkt in die Arbeit gelaufen. Und uns schön und liebevoll umarmen. Ich habe ja gesagt bei dem Gittertor. Da wollte ich nämlich gucken ob da noch was ist. Ich konnte aber nichts sehen dann war ich schon weg. Ich bin ja nicht fertig. Und dann hier ist der auch schnell rein. Haha. Die scheinen sich aber immer relativ zügig zu entfernen. Hm. Was sagtest du? Ja gut oder. Er wartet um die Ecke und wusste, dass ich rauskomme. Ich sage es hier in Felsich trinke ich, aber nicht weit. Ah, shit. Aber eigentlich dürften wir die Säge jetzt nicht mehr brauchen. Aus dem Taschenlappe kann nie schaden. Ich habe die Säge aufgenommen. So, ich guck mal hier. Vielleicht geh ich zu dem Gittertor jetzt hier gleich mal. Hier ist es nicht. Hier ist schon mal keiner. Ich schließe mal alle Türen, wo nichts drin ist. Ja, ich habe es kurz gesehen. Hinter dem Gittertor da... Dieser Raum, da ist nichts in dem Raum. Ich spüre das Rennen. Ja, das steht bei mir. Achso. Es kommt anscheinend auch nicht in die Räume rein, habe ich das Gefühl. Also, ich würde es nicht nochmal ausprobieren. Es ist nicht in die Wand gelaufen. Nee, es kann Türen nicht aufmachen. Nee, aber ich meine, auch wenn die Tür auf ist, ob es denn noch in den Raum rein geht. Achso, das weiß ich nicht. Das weißt du nicht, das ist schade. In der Küche ist wieder kein Schalter. So, ich bin jetzt bei dem Raum vor dem Gittertor. Hier ist ein Schalter. Ich lasse da mal wieder die Tür auf. Als Erkennungsmerkmal. Das Virenrad bei mir durch die Gegend sieht mich aber nicht. Dann gehe ich jetzt in den langen Gang, wo man kriechen muss. Ich glaube, ich bin tot. Das ist nicht gut. Die sind zu dir. Wecker. Welches ist zu dir? Ich habe so ein Rennen hören, das war unser Premier. Hier ist wieder ein Schalter. Natürlich ist bei dem Raum immer ein Schalter. Ich habe es ja noch keinen einzigen gesehen. Jetzt liegt es an dir. Ach, da ist noch ein Raum. Der ganz am Anfang. Nein, da ist nichts. Die Tür hatte ich extra geschlossen, glaube ich. Achso, na gut, geschlossen. Weiß ich noch nicht, ob du schon drin warst. Ja gut, das stimmt. Mäh. Das System hat Fehler. Gibt es ein Radio? Ich hoffe, ich überlebe diesen langen Gang hier. Wie lange Gang? Ach, hier tickt es hinter mir. Also Gitter hast du auch schon angemacht. Ey, das steht ja immer noch hier vor meiner Tür. Achso. Aber das heißt, du kannst ganz entspannt alle erscheinern machen. Dann soll ich schon ein Bug zu sein, also ich würde das jetzt an deiner Stelle einfach mal ausnutzen. Na gut, gehen wir weiter. Das war ein bisschen anstrengend jetzt das ganze Zeit, das Gebrüll zu hören, aber so, wir haben 3 von 4. Wenn du dich nicht wieder führst. Das ist auch wieder mit dabei ausgegangen. Ja, dann kann ich jetzt schnell wieder anmachen. Ja, sowas wieder an. Mal gucken, ob das Viech jetzt noch bewegt ist. Oder nicht? Aber ich weiß nicht, wo der letzte sein soll. Äh, das Viech ist weg. Scheiße. Das war unsere Chance. Hier ist wieder der Start, genau. Hm. Ich weiß nicht, wo der vierter Schalter ist. Hm. Ist jetzt um die Ecke. Ja. Musst du doch eigentlich hier eigentlich sein. Das Gummelfie. Oh je. Oh, rein da. Okay, geschafft. Alles gut. Alles gut. Sehr gut. Oh. 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 Oh der Gitter, gitter. Oh. Ah, der unbelievably. Ich denke immer, dass das bei mir dann ist. Ja, ne? Ja, der Level ist halt nicht so groß, oder? Man ist überall. Na. Das ist bei mir. Ich bin kurz vor der Metalltür. Hm. Und da rennt es gerade Richtung Spawn. Ja, das ist wahrscheinlich dann meine. Aber das löst leider noch nicht mehr die Frage, wo jetzt die letzte... Letzte Licht ist. Letzte Licht? Ja, aber man muss auch ein bisschen übersehen, dass es nur Schacht... Dass es nur drei sind, oder so? Nee. Aber vielleicht ist ja irgendwo in einem Schacht nochmal ein Durchgang. Ja, das kann sein. Glaube ich irgendwie jetzt nicht so richtig, aber... Taschenlampe? Guck mal, auch hier in dem Schacht, aber hier ist nix. Das schreit schon wieder. Das ist bei mir, würde ich sagen, aber... Alles gut. Hier ist auf jeden Fall ein Schalter bei den Waschräumen. Wie ein Waschräumen? Also da sind zwei Waschmaschinen und... Äh, wo vorhin auch... Äh, wir beide zusammen drin waren da, wo du es aufgesägt hast. Na gut. Ja, ich hab nochmal den angemacht, wo man so ewig latschen muss, in dem Gang. So, das fiegt wieder ab. Geht wieder nicht spawnen so. Kann er ja hingehen. Ich bin jetzt da, wo die, äh, Lampen leuchten. Komm mal auf jeden Fall noch nicht durch. Nö. So, drei von vier leuchten. Ach, wir sind so blöd. Wieso? Der vierte ist hier. Der vierte ist sehr scheiter. Ich bin durch. Ja, bei mir ist es gerade. Ich bin jetzt, äh, vor dieser Metalltür. Naja, das ist natürlich dumm. Ah, wie blöd. Ich muss noch was trinken. Ja, das sieht bei mir auch gar nicht mehr so gut aus. Ich knöde mir gleich mal einen Juice rein und dann komme ich zu dir gerannt. Ja. Ja, wie gesagt, es ist sehr genau unter den Lammen, ist halt noch bei der Scheiter gewesen, ne? Also, so... Hätte man drauf kommen können. So was dürfte ich mich nicht gesehen haben. Ich dachte, es ist halt so, die, 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 die Leuchten, die anzeigt, so viel haben die Erz und dann... Es geht langsam wieder zu. Oh, was? Zwei Lampen sind aus. Gut. Ach, ich kann es auch hier wieder, ah, okay. Okay. Verpissen wir uns mal lieber hier schnell. Oh, schöner Innenhof. Bezu. Und ich mag diesen Himmel. Der ist ja schön gebaut hier. Azana, Vorstadt, äh, also Innenhof. Azana, Vorstadt. Das Level scheint aber noch nicht. Ja, vielleicht kommt jetzt ein Levelwechsel. Das sieht man sehr stark da aus. Hier muss man irgendwas eingeben, oder wie? Ja, hier muss man irgendwelche Sachen eingeben. Irgendein Muster oder sowas vielleicht? Aber man sagt nicht, man muss es immer zurückkriegen. Warte mal, hier Innenhof vielleicht irgendwie? Ah, das kann natürlich sein, ja. Ach, hier, äh, die Fenster. Die leuchten noch. Dann sag mir mal an, wo die sind. Äh, erste Reihe. Äh, erste Reihe und dann. Äh, dritt. Der vierte Schalter. Der ist rot, warum auch immer. Jo. Dann erster. Zweite Reihe. Erster Knopf. Ja. Dann der vierte Knopf. Fünfte. Das ist in der Fünf-Schalter. Sorry. Das ist doch der letzte. Ja. Dann Mitte. Erste. Jo. Vorletzte. War schon falsch. Was? Da leuchtet es schon mal rot. Ach, warte mal, dann vielleicht, äh, das rote Fenster nicht. Also, erster. Erstes Fenster. Wie, erst? Erste Reihe, erstes Fenster. Ja, mach mal eher so, genau. Okay. Eins, eins. Dann, letzten. Letzten. Letzten, okay. Mittleren. Dritte. Dritte Reihe, Mitte. Erster. Erster. Und, äh, vorletzter. Vorletzter, da fehlt einfach. Und jetzt den, äh, vorletzten. Das ist rot. Aber warte mal, ich, äh, sag du mir mal an, ich würde mal was ausprobieren. Ich weiß ja nicht, was ich dir jetzt ansagen soll. Die, die Fenster wieder oder was? Ähm, ja, ich würde, äh, sag mir mal, nicht die, ab der zweiten Reihe. Ab der zweiten Reihe? Ja, mach einfach mal. Zweite Reihe, erst erste. Okay, dann? Und die letzte? Jo. Dann Mitte. Jo. Dann erste und die vierte Spalte. Nee. Weil da fehlt in eins. Ja, nee, ich wollte mal den, äh, obersten, weil der so rot leuchtet, zuletzt machen. Ach so, nee. Ja, probier nochmal von oben nach unten. Also in der ersten Reihe, der vorletzte. Warte. So. Erste Reihe, der vorletzte. Hab ich. Ja, probier mal in der ersten Reihe, der vorletzte. Zweite Reihe, der erste. Jo. Dritte Reihe, der letzte. Dann die Mitte. Dann erste. Dann vorletzte. Grün. Naja, siehst du. Aber hast du mir das nicht angesagt? Hab ich nicht. Hab ich doch die ganze Zeit angesagt. Oh, ich brauch nen Juice. Oh, ich hab keinen mehr. Ich glaube, ich sterbe jetzt. Was passiert? Ich muss wohl, äh, Mangel anzuverstanden. Oh, ich muss mir die Rappes geben. Naja, dann sollte es ja jetzt wieder passen. Nee. Sind wir denn hier schon wieder? Es zieht es Kristallhöhle oder was? Okay. Hast du noch nen... Ah, nee, hier sind wir auf der anderen Seite. Brauchst du es immer noch? Ja, ja. Kannst du was fallen lassen? Dafür bin ich gleich tot. Aber naja. Wir waren vorhin auf der anderen Seite, das hab ich gesehen. Ja. Da ist dann die Leiter hoch gewesen. Ja, das ist mein... Das kleine Stück, was wir jetzt gerade gegangen sind, das war doch eindeutig, dass das oben lang geführt hat. So, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt bin ich bestimmt wieder vollgeheilt. Ja, da wären wir schön noch nen Mandeln mitgesoffen. Naja, das war's wert. I'm totally worth it. So, dann gucken wir mal. Bitte haben sie einen Moment geduht. Das Spiel wird geladen. Das Spiel wird geladen. Das Spiel wird geladen. Das Spiel, das du geholfen hast, ist nicht disponibel. Bitte hält die Linie. Man kann mich aber buchen als Ansagensprecher oder so. Wo sind wir denn hier? Okay, Vollmond. Meritan Manor oder was? Hm. Das ist ein Taschenabend. Und ein Zettel. Ich geh mal meine Zettel an. Schließ die Türen hinter dir. Mit diesem Schloss an dem Ding dran. Okay. Wirst du so richtig schließen, schließen? Ja, also man muss die zumachen und dann anscheinend noch irgendwie abschließen. Aber wann, wie, wo? Ja. Ne? Weshalb? Du brauchst so ein Großörtchen. Die Tür geht nicht mal auf. Hallo. Oh, jetzt bin ich gleich tot. Das ist nicht gut. Ja, dann renne ich irgendwann mal zum Haus und gucke, ob da irgendwas ist. Ja, so am Zuellen. Und zum Gäste geht nicht tot. Fürchte die, die nichts zu verlieren haben. Die Scheißtür auf! Polizei! Haben sie ein Mandelmählchen? Es geht um Leben und Tod. Im wahrsten Sinne. Oh Gott! Was ist das denn? Oktoberpust, dann wurde ich mir jetzt eh tot. Was gut, du schnöde Welt! Es war schön mit dir. Nimm mich! Ich rette mein Kopan! Aha, jetzt kann ich durch Bäume gehen. Ich habe seine Schwachstelle gefunden. Aber jetzt werde ich auch nochmal durchgelegt. Da habe ich Schwachstelle. Leider hat es gelernt. Gammt, sie sind lernfähig. Da stehst du die Tür hinter dir. Aber die Türen gehen nicht mal auf. Welche Tür soll man schließen? Ja, irgendwelche, die überhaupt mal aufgehen. Ich gucke jetzt mal ins erste Haus. Die Tür geht auf. Hier ist ein Fernseher. Hier ist ein Schloss. Ja Mann, es kommt in der Glotze. Emergency Alert System. Die Stadtautorität hat eine Emergency Evacuation-Notice gefordert. Bitte evakuiert zum nächsten Desen- 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 Seite 3,95 Äh, hier ist es ziemlich dunkel. Garage. Hier. Hier muss man die Tür abschließen. Zack. Ich habe mal zugemacht. Kannst du mich wieder rauslassen? Dann war ich nicht mehr raus. Ja, dann war ich einfach nur. Dann machen wir nochmal auf den Lachs hier. Also, ob dieses Riesenvieh überhaupt in so ein Haus reinkommt. Das kannst du mir ja nicht erzählen. Haben sie sich aber Mühe gegeben, die Häuser trotzdem auszugestalten, ne? Ja. Dafür, dass hier nichts drin ist. Was war das? Der Fernseher. Was? Na ja, der piept da noch vor sich vor sich. Ich gehe mal hoch. 3 von 90. 3 von 90 was? Oh, das Vieh läuft durch unsere. Hier ist wieder so ein Walkie-Talkie. Entziehen. Wir können die Bude abfackeln. Ich höre ihn laufen, aber ich sehe ihn nicht. Ich höre es auch und es macht mir Angst. Ja, ist relativ nah. Ich finde, wenn ich jetzt die Tür abschließen soll, habe ich noch nicht so ganz verstanden. Oh, hier ist noch Mandelwasser-eigene Flasche. Hast du eine? Ich habe eine, ja. Wo ist das? In dem Schrank hier, direkt vor mir. In dem Regal, nicht in dem Schrank, mein Gott. Achso. Ja, nice. Kann ich langsam gebrauchen. Liebst du schon wieder so lange? Oh, stimmt. Wie schnell geht denn das hier? In dem Level geht es recht rapide. Ja. Ja gut, dann müssen wir wieder raus hier. Weil das ist mir nicht so spannend. Auf zum nächsten Haus. Einfach mal hier die Hausreihen abklappern. Ja. Ich. Aber ich höre es irgendwo. Da hinten. Es kommt in unsere Richtung. Ich probiere die Tür hier. Ja, hier geht auf. Gott sei Dank, ich bin im Haus drin. Ich bin zwar woanders, aber es ist okay. Ich versuche es zu umrennen. Ich hoffe, die Tür geht hier auf. Mandelmilch. Nein. Nein, aber nur einer. Oh, hier ist ein Keller. Ein ewig langer Keller. Vielleicht bist du im richtigen Haus. Na, also die Stube geht auf jeden Fall sehr weit nach unten. Soll ich dir folgen? Hier läuft irgendwas anderes im Haus, danke. Ich komme mal zu dir. Dafür soll man wahrscheinlich die Türen abschließen. Oh Gott. Wo bleibst du? Ich bin gleich da. Bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ja, nee, ich bin da auch, Alter. Ja, genau. Ja, dann bleibt halt einer. Ja, gut, geh gucken. Gar kein Problem. Das ist ja deine Beerdigung. Ich sehe nichts. Da ist wirklich jemand. Ich will ihn doch noch. Okay, du wirklich guckst. Das ist wie so ein Ruffel. Oh Gott. Erschreck mich doch nicht so mit deiner Lampe. Ja, der ist hier langgegangen. Hier ist Mandelwasser. Nee, doch nicht. Das ist nur normales Wasser. Sprintwasser. Oh Gott, wie schön hat der mich erschrocken. Alter. Oh. Letzter Takt. Auf mich hört ja wieder niemand. Oh. Ja, dann gehen wir durch den Keller. Ja. Das sieht doch auch richtig aus. Ja. Oh, warum ist es sich leichter durch? Ja. Du wolltest ja noch mal oben gucken gehen. Ihr habt ja gesagt, da läuft jemand lang. Ja, ich wollte mal angucken. Dann sind wir hier wieder. Ist das jetzt richtig? Wir sind ja immer irgendwann wieder hier zurückgekommen. Ja, aber wir sind meistens dann wieder in den Raum rein, weil das halt mehr als einen Ausgang gab. War die Tür hier schon immer? Weiß ich nicht. Passiert was? Ja, das war schon immer sowas. Das war schon immer sowas. Hm. Können wir jetzt wieder irgendwann mal den... Die Fahrstühle machen? Nee, das war schon immer nicht interagieren. Hm. Ja, dann wieder ins Haus wahrscheinlich. Hm. Scheiße, ich war so glücklich. Aber hey, ich lebe wieder. Das stimmt. Vielleicht ist es dich vielleicht doch irgendwie noch glücklich. Ja, hier ist auch wieder dieses Haus. Okay. Ach, hier geht's zum Bad. Soll ich jetzt ab, falls man anderen Levels nochmal spielen will oder so? Wahrscheinlich. Ach, das ist jetzt quasi alles, was wir jetzt bisher schon geschafft haben. Anscheinend? Oder können wir jetzt in den Raum 3000 noch was? Was ist hier die 7? Das ist nämlich Raum 9, das er sagte. Sie gehen hier auf. Ich habe alle Türen aufgemacht, die aufgehen. Na gut, dann noch mal zurück hier. Oh, fehlen noch ein paar Räume. Hallo. Wäre es auch gewesen, wenn wir so schnell die Lösung dazu rumgefunden hätten. Ja gut, aber im Endeffekt ist es ja nur Try and Error, ne? Ja, das stimmt. An sich ist es ja wirklich nur Glück haben. Was? Wie sind wir denn wieder hier? So, auf jeden Fall diesmal eine Taschenlampe. Aber für die Viecher muss man halt abschließen. Ja. So. Es gibt auf jeden Fall mehr als einen so einen Blub. Ich würde mich jetzt mal... Du bist da lang, okay. Hier geht die Tür auf. Dann gehen wir doch mal rein. Hier ist auch ein... Hier läuft irgendwo. Er ist schon hier. Fuck it. Komm raus. Bitte bleiben Sie im Haus. Weißt du, wie das ist? Der ist ein Brecheisen. Er ist der Brecher. Ja. Dann würde ich sagen, nicht in das Haus. Keine Ahnung. Nein, nein, nein. Wir müssen mal ein anderes nehmen. Ich höre es schon wieder. Ich würde sagen, ich höre auch was. Die Tür geht auf. Hier ist eine Übersicht irgendwie. Hier blinken ein paar Häuser. Wie? Wo? Hier ist so eine Übersicht. Wo bist du denn? Vor diesem riesigen... Nein, in der Mitte ist ja dieser ungezäunte Gebäude, wo im Meck draufsteht. Und da ist dann auch eine Übersicht. Ah, hier ist so ein... Ein Locker door behind you. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Ich sehe die Lampe, wenn du aus dem Haus herauskommst. Da ist gerade eine runter. Da ist eine Lampe. Ja, ich sehe eine Lampe. Ja, hier. Ich bin auch gleich tot. Ich habe keine Ahnung. Was habe ich noch? Ich gehe jetzt einfach zum nächsten Haus. Ja, aber hier ist eine Map, wo man in welche Häuser mitgehen soll. Ja, ich weiß nicht, wo du bist. Also ich bin jetzt ganz oben, links. Du musst zum Ende des Hauses, an der Straße, aber du bist zum Ende des Hauses. Oh nein. Auf der linken Seite. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Ich bleibe einfach hier. Er sieht mich. Okay, ich bin tot. Okay, dann kannst du mir vielleicht gleich mehr sagen. So. Ja gut, ich weiß ja nicht, wo du bist. Ganz oben links. Quasi, wenn das ein Quadrat wäre, wäre ich oben links. Na, ich weiß nicht so richtig, wo du bist. Aber es ist jedenfalls, da war so eine Übersicht von diesem kleinen Dorf, in dem wir sind. Und da haben ein paar Häuser geblinkt. Drei Stück. Vielleicht muss man in diesen drei Häusern halt irgendwas machen. Was kann sein? Sind das die Häuser mit dem Fernseher vielleicht? So nicht. Bei dem Fernseher stand auch drei von 90. Was steht da? Search for better rental from online. Okay. Nettes Zimmer. Bring mir nix. Aber irgendwann ist hier kein Monster. Ja, dann gehen wir mal raus. Ich muss ja wissen, wo dieses umzäunte Gebiet war. Das kann ich dir nicht sagen, wo du ihn musst. Was ist dieses umzäunte Gebiet? Ach, das umzäunte Gebiet. Da ist der Ausgang links von dir. Aber, oder jetzt hinter dir. Aber ich weiß natürlich nicht, ob wir den schon nehmen können. Wahrscheinlich müssen wir denn irgendwas machen hier. Wo ist der Ausgang? Hier in dem Haus? Nein, der große Tor. Hinter dir. Du läufst nicht zum Haus laufen. Hinter mir? Ich bin verwirrt. Dann links. Ganz am Ende. Ach, da! Da stand Exit auf der Map jedenfalls. Kommt ein Vieh an. Ja, das ist schwer. Jetzt ist mal gucken. Egal. Security System Level 5. Personal ist... Das ist okay. Ich kann auf jeden Fall nicht interagieren mit dem Ding. Ja, genau. Und wie gesagt, ich hatte halt diese Map gesehen und da haben drei Häuser geblinkt. Ja, dann kannst du mich ja jetzt leiden. Aber jetzt ist eigentlich das direkt rechts da von dir gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Eigentlich direkt rechts von dir das meine ich. Das hier. Am Ende dieser Straße. Die Straße, die Dings von dir ist... Ja, das ist das Haus aber, was ich gerade drinnen war. Dann musst du doch mal gucken. Das hat aber geblinkt. Ich weiß nicht, was das heißt, aber es hat geblinkt. Direkt rechts von dem Eingang. Okay. Okay. Exit meine ich. Äh, das ist wo du da bist jetzt. Gibt es hier irgendwas, was... Irgendeinen Schalter, den du aktivieren musst oder sowas? Doch, ich hoffe, ich habe es mal wieder. Ah, ich kann mich an den Rechner setzen. Ah, genau. Das musst du machen. Und das musst du noch in zwei anderen Häuser machen. Das steht. Eins hat, glaube ich, auch geblinkt. Das müsste das gewesen sein, wo wir eben drin waren. Wo wir den Keller runtergegangen sind. Oh nein. Meine ich. Ja, das musst du jetzt bei den anderen auch noch machen. Ah, kann man nur hoffen, dass es anbleibt, wenn man stirbt. Ja, dann nochmal hinlatschen. Na, dann muss eigentlich so ziemlich über die ganze Map laufen. Beziehungsweise, links ist ja eigentlich dieses eingezäunte Haus. Da, wenn du da langläufst und am Ende links ist ein Stück, da ist dann diese Karte gewesen und da sieht man dann die Häuser. Links weinst du? Na, die andere wäre genau gegenüber von dem, wo du jetzt bist. Ah. Ja, dann ist das eigentlich relativ egal. Ich schwöre, wo es auch wenn du da. Ist der Kontaktlenser verloren? Die erinnern mich ein bisschen, dann kriegt der Welten, glaube ich, die Viecher. Ja, absolut. Hier links ist das Tor und da ist dann dieses Terminal. Und da steht drauf, welche Häuser man machen muss. Ah, das Ding. Also rechts die beiden Häuser noch. Ah ja, stimmt, genau. Rechts und dann musst du zu der Ecke. Und nicht das ganz in der Ecke, sondern das davor. Okay. Verstehe. Okay, also erstmal hier jetzt an dem Entzäunten. Links hoch. Ja, links hoch. Oh scheiße, ich habe kein Mandelwasser mehr und bin gleich tot. Ah, das ist natürlich gut. So. Dann müsste es das Haus hier sein. Ja. Und dann doch das dahinter. I do agree. Jetzt habe ich die Frage, wie schnell du das noch schaffst. Ich brauche ein Wasser. Ah scheiße, ich bin down. Ach, kacke. Das ist jetzt ärgerlich. Ja, das ist wirklich sehr ärgerlich. Da sind wir der Rätselslösung so nah. Okay, aber wir haben das Prinzip verstanden. Das ist immer ganz gut, wenn man das Prinzip verstanden hat. Ja, gerade bei solchen Spielen. Okay. Ah ne, wir spawnen hier wieder. Es sind auch nur noch die beiden Häuser. Ah ja, die Häuser sind gespeichert. Alles klar. Und hier gibt es einen Mandelwasser. Taschenlampe, wunderbar. So, dann auf hier. Linke Füße? Ja. Willst du das vordere Haus und ich mache das hintere Haus? Boah, können wir machen. Also ich gehe jetzt in das, wo du eben, in dem D.U. eben warst? Genau. Okay. Das Haus müsste es sein. Ja. Hallo? Wird ich die Frage, ob jemand drin ist? Ja, das kann ich dir halt auch nicht sagen. Zumindest eben niemanden gehört. So, ich bin am Terminal, der macht jetzt was. Also ich... Fuck. Da ist doch nur einer drin. Oh, scheiße. Hat er dich? Ja, ja. Ja, ja. Oh, shit. Na ja, aber jetzt ist es noch eins. Okay. Ja, genau. Ich habe das eine hier gemacht. Das ist fertig. Brauchst du dich auch nicht weiter umgucken? Na, Mandelwasser nehme ich immer gerne mit. Ja. Gerade bei dem Level. So, okay, dann... Ja, viel Spaß, da ist jemand drin. Hausbesitzer. Scheiß Hausbesitzer. Dass hier gerade zu war, das war... Ja, das Große. Der kam von rechts. Und die können anscheinend durch Türen gehen. Gut. Hm. Hier ist es nicht weiter. Das kann ich raussehen. Ja, gut, dann geht es ja nur einen Weg. Da unten ist noch eine Tür. Über mir läuft einer. Kannst du die Tür verschließen? Ja, die ist jetzt zugeschoben. Sollte ich eigentlich safe sein. Ja. Ich brauche mal eine Taschenlampe. Ja, so. Den zwischen war mal hier. So, mal leicht an. Äh, hier sieht es nicht am Computer aus. Ich werde wahrscheinlich hoch müssen. Ja. Ja, gut, ist die Frage, wann es hier safe ist. Machst du mal raus, Luke. Ich kann leider nicht durch die Wand, äh, Luke. Das breche er so gut durch die Tür. Ja, stimmt, da ist er. So, jetzt dreht er oben. Das ist die Preisfrage, wie schnell ist er. Ach, da ist er. Zu gelachs. Du kannst auch durch die Tür. Es kann sein, dass er da, dass du noch eine Tür verschließen musst. Ja, die. So, jetzt würde ich eigentlich safe sein. Ja. Leider sehe ich, oder steht da vor der Tür? Hm. Ja, leider ist hier auch kein Computer. Nicht in dem Räumen, nein. Boah, das kann ja nicht wahr sein. Wie geht es denn in der geistigen Gesundheit? Sollte okay sein. Ja, jetzt gerade zu. Wo geht es denn noch so lang? Da geht es wieder runter. Wo ist der da, wo er ist? Oh, hier geht es nicht rein. Da ist der Computer. So. Du gerade jetzt. Ich habe schon ein Licht. Oh mein Gott. Ey, das ist schon. Ja, der ist schon aufreifend. Bis jetzt schon. Puh. Funk, schneller, mein Freund. Bis jetzt. Und jetzt muss ich noch lebend wieder rauskommen. Ja, das wäre praktisch. So, was machst du meine geistige Gesundheit nicht so geil. Ich muss noch eins zischen. Ich rate mal nicht durch die Fenster einfach. Kann. Mach doch jetzt einfach hier durch, Junge. Natürlich kommst du nicht rüber. Um die Ecke ist er nicht? Er ist unten gewesen, ich habe ihn gesehen. Uh, nicer Jump. Ich hoffe, er geht ja jetzt hoch. Warte mal ein paar Sekunden, dann hoffe ich, dass er seine Route nach oben fortsetzt und dann kann ich jetzt zum Haus raus. Ja, das wäre auf jeden Fall von Vorteil, weil das ist ein bisschen kritisch gerade. Der Loser. Jetzt darf nur draußen kein Glubschi sein. Ja, das stimmt. Ja, Run, Boy, Run. Immer schon auf dem Gehweg. Und zisch! Lauf, 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 lauf. Du bist hier die letzte Hoffnung der Menschheit. Das tut mir sehr leid für die Menschheit. So, mach auf hier. Wie, das geht nicht. Oder muss ich das? Muss ich nochmal zum Haus? Das kann ja nicht wahr sein. Na gut, dann. Warte mal, oder musst du jetzt in dem Haus den anderen nochmal aktivieren? Vielleicht doch. Geh mal jetzt rechts in das Haus. Nicht, dass du den kommt. Ich weiß, aber... Nee, das hat ja nicht geblinkt. Ja, aber... Ja, das kann natürlich immer ein Bug sein, aber... Ja, oder halt, wir haben es ja gefunden, deswegen wissen wir ja jetzt, wo das Haus ist. Du brauchst jetzt mal eine ganze geistige Gesundheit, ich will den Quatsch. Ja. Guck mal, hast du Schoko-Riegel. Na, Glückwunsch. Jetzt findet ihr kein Computer. Ja, hier geht's noch weiter. Ja, da ist der. Und da ist auch eine Dose hinter dir. Na, guck. Ach, als ob. Siehste. Ich hasse es, wenn du recht hast. Das hasst jeder. Ein tolles Spiel. Aber schöne Fotos. Mhm. Äh, meine geistige Gesundheit ist noch okay. Könnte besser sein, aber... Geht doch. Los, nicht außenrum. Dauert zu viel lange. So sieht aber immer noch ziemlich rot aus. Ja, ne? Ich brauch eine Karte hier auch, die hab ich ja noch gar nicht. Muss ich wahrscheinlich ins Gebäude hier in die Mitte. Das kann sein. Jetzt musst du auf die, ja, Balljungs achten. Ah, die können ja nicht. Warte mal kurz. Wer ist noch mal ganz am Anfang an dem Level draufgegangen davon? Bop, 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 bop. Ja, die Tür ist offen hier. Ah, ja. Ja, dann... Hallo? Äh, ich hoffe immer, dass da keine Vampir-Männer jetzt auf dich warten. Ich trink da schon wieder hier. Mit Sicherheit wird da was drin sein. Oh, ja, ist ja okay. Ich trink ja schon. Hören Sie bitte auf zu flackern. Na, mit Sicherheit werden hier welche drin sein. Ah, nach rechts musst du. Ist aber freundlich. Kann ich das auch zumachen? Nee, das kann ich nicht abschließen. Ah! Oh! Ah! Aber es ist sehr irritierend. Aber wir müssen dann nochmal in das Level rein, um dann halt den Exit mit der Karte. Ja, das kann natürlich sein. Ich bin wieder da. Back in game. Hallo. Es ist so schön. Back. Natürlich nur keine Taschenlampe, aber es ist okay. Ich habe auch noch einer. Und kein Mandelwasser. Ich habe eine Brechstange aufgesammelt, die mir wahrscheinlich wieder nichts bringen wird. Ja, vielleicht kannst du da mit der Schränke aufbrechen. Instrufe die effektive Person, um zu stehen, in der Mitte der emergency Plattform auf der Fußboden. Äh, Plattform. Ich dachte, ich könnte es irgendwie aufbrechen, aber ich weiß nicht wie. Du stehst auf falsch und musst an die Tür gucken, ne? Durch. Jetzt muss ich hier irgendwas machen, oder? Oh, nee. Ich habe nicht zugehört. Das ist ja ein bisschen doof. Ich glaube, das ist ja so eine Falle für so eine Viecher, oder? Okay. Ah, warte mal. Ah, okay. Ich habe keine Ahnung. Wohin? Nur hier ran, oder? Ja, ein Stück. Oh, die Tür ist offen. Was? Okay. Magie! Egal, hinterfrag es nicht. Sieht aber schön aus hier. Blinkst oder rechts? Wenn man sich verstecken kann. Ich gehe mal zu dem Roten. Ich gehe mal in den Spend. Wieso? Ist doch noch gar keiner da. Ich hoffe, Sachen kaputt zu machen. Äh, äh. Kriegst du doch alles mit? Ja, natürlich. Äh. Was hier? Oh, hier liegt einer. Hallo. Ich gucke ihn mir an. Wir sind Computer. Der geht nicht. Hm. Das sind auf jeden Fall Vampire. Hier sind ganz viele Spindel. Ach, Spindel. Ich habe so ein Ding aufgesammelt, dass wir am Anfang da reinschieben müssen. Aber ich habe so ein Moment schon. Oder was? Ja, das müssten vier so ein Behälter gewesen sein. Wir sind verordnet. Da war ich jetzt vier. Brecht da, ich habe eine. Mandelkonzentrat. Ja, genau. Das sind die vier Dinger. Jetzt haben wir zwei davon. Oh, da steht noch eins in der Mitte. Komm, nicht ran. Stimmt. Das sind noch eins. Wenn wir hier noch gucken. Hier geht es weiter. Wenn hier schon drei waren, dann kann ja auch noch ein vier das hier sein. Ja, irgendwie. Es kommt. Er hat die Karte. Ja, das ist schlecht. Ich komme nicht raus. Ich kann nur hoffen, dass er mich nicht sieht. Ja, ich glaube, wir müssen wir dann einspulen. Einsperren. Es ist mir hinterher. Steht auch hin vor dem Schrank. Weiß nicht, ob ihr den aufkriegt. Jetzt geht er weiter. Ich bin aus dem Raum mittlerweile rausgerannt. Oh nein, der steht vor mir. Ich glaube, das überlebe ich nicht. Die Scheiß-Tür auf und ich bin tot. Das ist ungünstig. Oh, fuck. Ich bin tot. 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 Schade Marmelade. Ich vermute halt, dass man den da hinlocken muss, um den reinzusprühen, weil wir müssen ja die Karte von dem kriegen, wir müssen den irgendwie so töten. Ja, hier müssen wir den quasi rauftun. Genau. Ich schieb das hier schon mal hin, das scheint glaube ich richtig gewesen zu sein. Ne, ne, die Tür ist offen. Aber ja doch, wenn er dann kommt, ich vermute, wir müssen ihn hier hinstellen, das ist jetzt meine Theorie, das stimmt, weiß ich nicht. Aber hier können wir uns auch nicht im Schrank verstecken, das heißt, wir müssen wirklich dann... Einer muss dann locken. Ja. Aber schon klappen. Ja, ja. So habe ich noch meinen Mandelkonzentrat, nein, da muss ich reinpacken, also warum, ne, wir müssen die wirklich einsammeln. Gut. Dann gehe ich nochmal in den Raum. Ja. Ach, da bist du schon. Steht auf jeden Fall hier auch wieder eins, auf jeden Fall sehe ich. Oh, der ist hinter mir. Was? Ich habe mich erwischt. Der war schon direkt da. Ich sehe ihn, aber... Der ist uns wieder hergekommen. So. Na, steht er jetzt vor der Tür? Nee. Nee. Ich flasche hier einfach durch. Ich höre ihn. Der watscht da. Nummer zwei. Drei sogar schon? Drei? Mh. 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 Du hattest einen? Mh. Du brauchst noch einen und ihn. Mh. Mh. Du brauchst noch einen und ihn. Mh. 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 Eben waren da drei. Da würde wohl irgendwo eins rumstehen. Mh. 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 Ich sehe keins. Mh. 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 dem ding links dahin wo so gut leuchtet das muss ja jetzt und bloß nichts trinken jetzt sind ja nicht noch nicht wieder so ein quatsch so wenn er dann kommt dann das ding aufdrehen aber ist richtig verstanden ich bin trotzdem tot oder das kann ich wahr sein also ich glaube das spiel hat jetzt ein bug scheiße weil ich ja kriegt nicht den toten ja ich sehe dass du da stehst irgendwie so halb im gitter drin ja level neu starten würde ich sagen aber es funktioniert so na gut aber ich habe einen mann mit konzentration konzentrat in der hand hast du noch sehr gut ja das heißt wir brauchen nur hierher locken und schieben wir hier noch hinten so ich glaube den zu stehen ich habe bock auf diesen job ich habe auch zwei brechen stamm ja ich glaube du brauchst nur gegen ihn ja das glaube ich auch besser muss ich ihn finden da ich bin tot da kann ich wahr sein das ist eine ausdauer mehr schicken entity stands hier kommt eigentlich von alleine ja von ist er ja auch alleine gekommen so rechts bin ich lang da bin ich aber es kann sein dass er jetzt in diesem raum drin ist ach hinter dir ist auch noch mal so ein gully deckel gedöhnt aber das kann dir egal da ist er hallo ich will nicht so nah ran dann kann ich nicht mehr wegregen ja ich wollte sagen hast du vielleicht ein energy juice oder so ich habe nichts ich bin hier du vollidiot also ich brauche das nicht mehr ich kann auch keine geräusche machen ja da muss er auch immer wieder rauskommen da kommt da oder nee ich weiß natürlich nicht ob dieser rum noch rauskommt ja jetzt kommt da die fährt auf jeden fall bleibt mal da stehen genau ja lauf 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 ja perfekt jetzt drehst du das ding auf oh gott oh gott weiß nicht ob es gesagt ist für mich es ist nicht so als würde mir das spaß machen aber ich muss es tun und es macht mir spaß ein bisschen witzig war es schon geht er weg ja es war einer von uns ja jetzt hier gut kann ich ihn hauen ja viel spaß noch hier deine schicht jetzt viel spaß ist das nicht die schlusskarte wie für den anderen ort brauchten ja aber dann musst du doch oft wieder zurück aber hier stand doch irgendwo exit deswegen echt ach da ja ach so steht überall exit drauf ach so ok das ist mir auch noch nicht aufgefallen ach hier ist auch exit ok hier steht überall exit tach ich bin es nochmal jetzt aber diesmal wirklich ne machs gut tschüss so wunderbar müsste ich ja jetzt back in game sein das hoffe ich auch ja das geht immer noch dieses mandel zeug hier ja wir können es auch im haus umsehen wir können es auch einfach verpissen ja lass uns verpissen ich wüsste auch nicht was wir jetzt in diesem haus noch wollen hier gehts raus hallo ja da müssen wir noch einmal außen rumlatschen liegt hier vielleicht bei der bank noch was schönes die bank ist auf jeden fall wieder voll geschissen taschenlampe wandelwasser naja hier noch irgendwelchen shit so dann auf geht er aufi und losi sieht aber gut aus hier ist nix von links kommt einer egal weiter renn naja immer weiter er kann das nicht beide kriegen und am ende war es jedenfalls safe da werde ich nicht gesehen ja oh yeah freedom freiheit freedom freedom aber ich glaube ich würde sagen das wäre jetzt hier erstmal ein ganz guter cut na gut wenn du sagst den block hätte ich noch weiter ich weiß ich weiß aber ne ich man ich weiß ja auch nicht wie viel noch kommt aber ich glaube das wäre halt noch ganz cool wenn man das dann halt am nächsten verschönen also ich könnte mir vorstellen dass es tatsächlich nicht mehr so lange geht es gibt ja noch ein anderes spiel was genau es gibt noch ein anderes spiel irgendwie gab es noch ein anderes inside the backrooms oder sowas ja das stimmt aber so oder so tja ich würde sagen sind wir dieses mal wieder sehr gut vorangekommen da lohnt es sich tatsächlich für mich nicht mal die teile zusammen zu schneiden beim endeffekt ja wenn wir jetzt so gut durchwaschen es ist ja witzlos ja also eigentlich ach das war schon gut hat schon funktioniert alles auf jeden fall ja ne hat wieder spaß gemacht und ja ich freue mich auf den nächsten teil also wir haben uns dann bin ihr hauen ciao ciao